Hallo, bonjour und hallo aus dem Willy-Brandt-Haus. Im Hintergrund wird gerade noch ein bisschen gewerkelt, denn wir bereiten die letzten Dinge vor für unser Europa-Event am Montag. Wir stellen euch unsere Spitzenkandidatur für die Europawahl vor und haben eine Menge für euch vorbereitet. Du willst dabei sein, wenn Olaf, Lars, Saskia, Rolf und Kevin die Spitzenkandidatur für die Europawahl präsentieren? Dann melde dich noch heute für unsere Watchparty ab 16.30 Uhr mit anschließendem Hangout an. Hangout was? Gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern wollen wir über Europa ins Gespräch kommen. Wie stellen wir uns ein Europa der Zukunft vor und was verbinden wir mit Europa? Also jetzt noch schnell anmelden und dann heißt es...